Hallo und herzlich willkommen zum PAU-Blog. Nach unserer einjähriger Abwesenheit, wir wurden von Aliens entführt, kommen wir zurück mit einer Top 20 diesmal. Und zwar Top 20 Super Nintendo Spiele. Yay. Genau. Mehr Begeisterung, mehr Begeisterung. Super Nintendo ist doch cool gewesen. Ja, natürlich. Super Nintendo war die beste 2D-Konsole. Ja, das ist ein FX-Shit, ist eigentlich gerade egal. Ever. Ja, das ist die beste Konsole bis jetzt. Also das ist, wie so viele Leute sagen, das Super Nintendo war der Höhepunkt des goldenen Zeitalters des Spiele. Das goldene Zeitalter? Ja, das goldene Zeitalter. Die 80er waren sozusagen scheiße. Dann kam das Nintendo, das war schon Silber und Super Nintendo war golden sozusagen. Das goldene Zeitalter, weil fast alle, in den 90ern waren fast alle Genres da. Sogar First-Person-Shooter, also Ego-Shooter, waren auch schon da. Ja, klar. Und seitdem hat sich nicht allzu viel getan. Genre-mäßig... Ja, und die Online-Konferenz ist dazugekommen, aber Genre-mäßig nicht wirklich. Nö, da kamen nur noch so ein paar Spiele raus, jetzt in den letzten paar Jahren, die einfach nur Mischmasch sind. Und nicht wirklich schon Neuerfindungen. Ganz genau. Also, ähm, Top 20. Nummer 20. Final Fantasy 3. Da wird sich jetzt der ein oder andere fragen, warum nur 20? Ja, Final Fantasy 3. Wegen mir. Also Final Fantasy 3, in Japan war das Final Fantasy 6. 6. Ja, doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass es 6 war. Ja, das ist Final Fantasy 6, hast schon recht. Ja. Ähm, ja, es ist, ähm, ja, jetzt mal abgesehen davon, dass es auf der 20 ist, ist das Spiel an sich storymäßig sehr geil gewesen. Und deswegen hat es überhaupt erst so weit geschafft in der Super Nintendo Community. Mit einem ultra krassen Twist in der Mitte und so einem Zeug. Also, wer es nicht gespielt hat, irgendwie für ein Gameboy oder so, für zwischendurch mal in der U-Bahn zocken, auf jeden Fall empfehlenswert. Äh, wenn du sagst, ich bevorzuge immer noch Earthbound, aber Final Fantasy 3. Yay. Yay, ganz genau. Okay, ähm, dann... Ich kann zu Final Fantasy 3 nicht allzu viel sagen, weil ich nicht so ein Japan-RPG-Fan bin. Ich liebe Earthbound, aber alle anderen Japan-RPGs, äh, müssen nicht sein. So, dann Nummer 19. Das Super Mario-RPG. Also, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Das Spiel habe ich angespielt, aber nicht durchgespielt. Ehrlich gesagt. Super Mario-RPG ist geil, weil es eigentlich das Beste aus Japan-RPGs und Mario-Welt, äh, zusammenführt. Und es spielt sich so ähnlich wie Bowser's Inside Story für den DS. Also, äh, keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt, das Ding. Ja, ja, Bowser's Inside Story wird schon jeder wissen. Ja, eben. Was gemeint ist. Das fand ich schon ziemlich geil. Und, äh, ja, es ist ein Mario-RPG, das muss da auf die Welt sein. Wurde auch von Square oder Enix entwickelt, ne? Ich glaube von Enix, ja, ja. Ja, kam auch sehr spät raus, das Spiel. Ja, da war schon der Super Nintendo tot, soweit ich weiß, als das Spiel rauskam. 96 war das, glaube ich. Ja, und da war schon die Play-Z, äh, auf dem Vormarsch. Seit zwei Jahren schon. Ja, das haben nicht allzu viele gesofft mehr. Das ist eins von diesen Auslaufspielen, so wie bei Playstation 2, die God of War, sie ja hier. Die Playstation 2 hat God of War rausgebracht, wo schon die Xbox 360 draußen war, also... Wo schon die PS3 draußen war. Ja, die PS3 war auch schon draußen, aber erst vor einem Monat oder so. Ja. Am letzten Teil raus. Ja, ja, genau, ungefähr so. Ja, so, egal. Platz Nummer 18. Mortal Kombat 2. Ja, also Mortal Kombat ist, glaube ich, relativ selbsterklärend, warum das Spiel cool ist. Und zwar, also, machen wir es mal so fest. 10% des Spielspaßes war das Spielprinzip und 90% der Gore und der Splatter. Eindeutig. Das ist die ganze Erklärung zum Spiel. Ja, ganz genau. Mehr braucht man auch nicht zu wissen. Ich meine, ihr habt Street Fighter 2 gezockt oder Street Fighter 4 mittlerweile. Äh, wie wär's mit Street Fighter zocken und dabei jemanden am Ende den Kopf abschlagen? Genau, stellt euch vor, Ryo könnte sein Kopfband abmachen und einen damit den Hals abtrennen. Das ist Mortal Kombat. Ja, die sollten mal einen Crossover, Street Fighter vs. Mortal Kombat machen. Ach du Scheiße, aber dann müssten die das wirklich irgendwie... Stimmt. In der Street Fighter 4 Optik, aber aufgebaut inzwischen natürlich, aber mit dem Splatter und Gore von Mortal Kombat. Das wär sehr, sehr geil. Oh mein Gott, das wär der beste Fighter aller Zeiten. Ja, das find ich auch. Das ist ne gute Idee. Sehr gute Idee. Ja, natürlich. Wir haben nur Superideen. Deswegen waren wir auch ein Jahr weg, weil wir gute Ideen hatten. Nummer 17. Super Castlevania 4. Ja. So, Super Castlevania 4 ist, ähm, schwer. Halten wir das mal fest? Das ist sehr schwer. Das ist eigentlich wie Castlevania 1, was Castlevania 1 hätte sein müssen. Ich glaub sogar, das ist sogar Castlevania 1. Nur eben mit besserer Grafik und besseren Stolzern. Das ist ne Art Remake fast schon. Bitte? Das ist ne Art Remake fast schon. Ja, ja, eigentlich ja. Aber es war schon ein eigenes Spiel. Allein schon wegen der Level und der Grafik und dem FX-Chip, der zum Einsatz kam und einem das Kotzen brachte in dem Level gegen Ende. Keine Ahnung, welches das war. Und Kronleuchter. Ja, und die Kronleuchter. Ja, ja. Nicht nur Kerzen. Kronleuchter waren auch. Das war sehr wichtig. Dafür musst du dann FX-Chips einbauen. Oh, und es gab das Level, wo sich das ganze Level gedreht hat, ne? Wo du an der Kette hängst, dann hat sich das Level gedreht, dann konntest du weiter und musst dich wieder dranhängen, weil das Level sich wieder gedreht hat. Richtig, richtig. Das fand ich richtig geil. Das fand ich bloß die Idee. Also das beste Castlevania aller Zeiten, meiner Meinung nach. Nein, das unterschreibe ich so nicht. Nein, nein, nein. Ich meine, das beste Castlevania, was Castlevania ist. Nicht Metroidvania, ja? Nicht diese Backtracking-Scheiße, die... Ne, nicht scheiße. Die sind auch geil, aber... Ja. Das ist nicht mehr Castlevania, das ist schon was anderes. Das ist schon Metroid... Das ist schon Metroid-Castlevania drin, ganz genau. Ja, okay, okay. Wenn du es so siehst, dann ist Super Castlevania 4 eindeutig das beste Castlevania. Ja, Sidescrollen, Peitsche, von links nach rechts gehen, äh, Monsterplätzen. Richtig. Nie wieder zurückgehen, nie wieder aufleveln oder so ein Mist. Ja. Nummer 16. Super R-Type. Schiffensschweres Spiel. Ich hab das Spiel gehasst. Was? Ich fand's so cool. Aber man hat sich sehr, sehr, sehr gut gefühlt, nachdem man's endlich nach dem 20-Milliardsten-Versuch geschafft hat, den Endgegner zu plätzen. Mit den drei Leben oder wie viele auch man am Anfang hatte. Ja, das Spiel ist ja größtenteils auswendig lernen. Ja. So, und wenn man das dann auswendig gelernt hat, dann ist man von Level zu Level immer weitergekommen, immer weiter, immer weiter und hat das dann so oft wiederholt, bis man alles wirklich auswendig konnte, zur absoluten Perfektion. Und dann war man beim Endgegner. Und ist an dem erstmal verreckt und hat's dann nochmal geschafft. Und das hat so ungefähr zwei Wochen gedauert, bis man alles drauf hatte. Oh ja, oh ja. Auswendig lernen, ballern, nicht die falschen Power-Ups nehmen, wenn die einem entgegenkommen. Das ist auch wichtig in einigen Levels. Und ja, ansonsten Spaß. Aliens schießen, supergeil. Und vor allem dieser aufladbare Superschuss fand ich auch geil. Ja, es ist so... Dann war das so ein ganz kranker Schuss aber, ne? Oh ja, dieser Multiple... Ja, aber der hat auch acht Sekunden gebraucht, um aufzuladen. Ja, aber für fette Gegner. Wenn du wusstest, dass fett viele Gegner auf dich zukommen, hast du es gemacht. Wieder zurück zum Auswendiglernen. Der Schuss war eigentlich nur da, weil du weißt, in zwei Sekunden oder in drei Sekunden kommen ne Horde vom Gegner, dann brauchst du den. Richtig. Ja. So sieht's aus. Alles klar. Äh, weiter mit Nummer... Fünfzeeeen. F-Zero. Und das ist ein Spiel, das ist, ähm, ja. Und das streichen wir einfach mit geil. Äh, Mode 7 oder wie auch immer. Genau, genau. Da wurde Mode 7 Ultra ausgereizt. Oh ja. Ja, also das hat man auch gesehen. Das war... F-Zero war schon ein geiles Rennspiel für die damalige Zeit, wenn man bedenkt, was als Konkurrenz war. Ich glaub, das erste Need for Speed war gerade mal draußen, oder? Ja, das kommt hin. Vielleicht nicht, vielleicht laber ich auch nur Müll. Das ist... Ich weiß nicht... Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Auf jeden Fall, wenn ich sagen müsste, welches Rennspiel mich als erstes gehobt hat, wäre es tatsächlich, ähm, F-Zero. Kann ich mir vorstellen. F-Zero war geil. Hat Spaß gemacht. Und die Musik war richtig. Ja, die Musik ist super. Äh, falls ihr die Musik hören wollt, auf YouTube findet ihr tausende Musikstücke, sogar aufbereitet von F-Zero. Auch Jazz-Interpretationen, die ich sehr, sehr geil finde. Oh ja, die sind richtig geil. So, ähm, F-Zero. Vom Rennen zum anderen Rennen. Mit der Nummer 14. Super Bomberman. Oh ja, Bomberman. Macht immer Spaß. Meiner Meinung nach leider aber erst mit, wenn man mindestens zwei oder sogar die vollen vier spielt. Nee, also wirklich vier. Also, also das, ähm, damals war das so schon eins der Partygames. Das war das Partygame. Es gab kein Mario-Party, es gab nichts in der, in der Art. Super Bomberman, vier Leute, einfach drangehen und sich gegenseitig weg, die Rübe wegpusten mit, mit Bomben, also wegsprengen. Und es hat auch sehr Spaß gemacht, wegen den ganzen Power-Ups und verschiedenen Levels und so. Das ist schon sehr geil gewesen. Man musste aber dafür einen Adapter für der Super Nintendo haben, damit man vier Controller anschließen kann. Richtig, und den Adapter hast du für wie viele Spiele insgesamt benutzen können? Drei, vier, fünf? Null Ahnung, aber es waren super wenige. Es waren schon ein paar Spiele, aber die könntest du vielleicht wirklich an einer Hand abzählen. Ich weiß echt nicht mehr. Ich auch nicht. Also, vom Bomben zum Ballern, mit der Nummer drei. Kontra drei. In Deutschland auch bekannt als Probotektor. Ja genau, mit den Robotern. Genau, die deutsche Fassung hatte die Roboter, weil, ja, die deutsche Seele ist zu fragil, sie muss geschützt werden vor brutalen Aliens, die super verpixelt sind. Und vor Menschen, die diese töten. Ja, natürlich, ja. Aber die Menschen konnten ja auch getötet werden, deswegen, das ist so eine Sache. Auf jeden Fall, Contra drei, saugeil, vor allem im Koop. Gerade der Koop hat's ausgemacht. Ja, ja, deswegen sag ich das vor allem im Koop. Ähm, Side-Scroller, auf jeden Fall, mit richtig lustigen Waffen teilweise. Also, da gab's auch ein paar Bullshit-Waffen. Mit richtig lustigen Waffen und vor allem im Koop hat man sich dann immer so gestritten um die Waffen, ich weiß das noch. Mit ein paar Freunden, ey, was nimmst du mir die Waffe weg, die wollte ich gerade haben. Aber du hast doch die schon. Und all so einen Schwachsinn, das ist richtig geil gewesen. Ja, eins der ersten besseren Run-and-Gun-Spiele, die es gab. Vor allen Dingen zum Zugucken göttlich, weil das Spiel ist auch nicht sehr leicht. Das stimmt. Das Fluchen, das hat man sich spätestens mit Probotector, beziehungsweise Contra 3 angewöhnt. Ja, haben auch sehr viele gespielt, das war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und die Bosse, alter Falter. Die Bosse waren geil. Also, ja, das ist eigentlich wie die R-Type, unsere Nummer 16. Die Bosse sind einfach nur abgespaced groß, riesig und du hast Spaß. Richtig. So, vom Geballer gegen Aliens zum Weltraum. Mit der Nummer... ...schweig. ...und zwar Star Fox. Oh ja, Star Fox. Der F-X-Chip prägendste Titel des Super Nintendos, möchte ich sagen. Ja, und es ist einigermaßen flüssig, es ließ sich auch gut steuern, ohne Analogstick, was man sich heute kaum vorstellen kann. Sah super aus, hatte auch wieder super Bosse, keine Ahnung. Die meisten Flugspiele überzeugen mit Bossen. Das ist wahr. Und zur Abwechslung war das mal keine Sidescrollerei, wie fast alles auf dem Super Nintendo. Sondern echtes 3D, in Anführungszeichen. Richtig. Und das hat Sau-Laune gemacht. Das konnte man... Konnte man das im Multiplayer spielen? Ich glaube nicht. Nein, das war Singleplayer-only. Oder? Nee, null Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es gerade auch nicht. Auf jeden Fall war das Geile an Star Fox, dass man sich die Route zum Endgegner selber aussuchen konnte am Anfang. Es gab drei verschiedene und das fand ich immer sehr reizvoll. Deswegen hab ich das Spiel auch dreimal durchgespielt. Hast du ja jede Route einmal genommen. Ja, die haben sich alle unterschieden. Nicht sehr stark, aber da gab es auf jeder mal so zwei, drei Planeten, die wollte ich unbedingt gesehen haben, weil die richtig lustig waren. Okay. Null Ahnung. Ich glaube, ich hab's zweimal durchgespielt, aber ich hab keine Ahnung, ob ich verschiedene Routen genommen habe. Ich glaube, ich hab keine Ahnung, ob ich diese Routen genommen habe.